Willkommen ihr Sohne! Diese Bist haben wir zusammen mit einem Konkretchen gemacht! Ich hab Windows und die ohne Windows bin ich ein bisschen. Komm jetzt, ich lasse mit Windows! Find ich witzig. Bomben-Brenn- Advent, Advent, deine Mutter brennt. Oh boy! Es geht los, Guys! Let's go, der Hase! Oh, er hat mich geblockt! Der Sohn. Eines Freudenmädchens. Warte, warte, ich block ihn. Find ich witzig. Geblockt er mich auch. So, weg mit dir! Wenn du deine Deckung waagrecht hältst, dann kriegst du einfach mal einen vertikalen Hieb von mir! Ne, horizontal, vertikal jetzt von oben nach unten. I'm IQ 21. Oh, Kopfjäger. Dreier Hübi. Ja, ich bin ja auch ein Vielficker. Was ist Radfahren? Find ich witzig. Nein, find ich nicht witzig! Beiseite! Der Boss kommt. Ein kleiner Flug für ihn, aber ein großer für das Volk. Heil, General Hübi. Ah, okay, alles klar. Wir sind unterwegs. Kann ich irgendwie sterben, wenn ich in die Drahtseite fliege? Freunde, was beobachtet ihr mich in meinem Arbeitszimmer? Kennt ihr etwa keine Privatsphäre? Kann ich mal machen? Vorhin habe ich glaube ich 19 Punkte bekommen. 19 Punkte geworfen, aber nur 2 Punkte hier auf dieser Gangliste bekommen. Aber jetzt haben wir die Tausender Marke erreicht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Bogen schließen interessiert mich übelste Sorte. Wirklich. Oh, da brauche ich nur ein Stück für. Das kann glaube ich sehr, sehr cool werden. Weil ich bin nämlich Robin Hood in meiner Freizeit. Das wisst ihr nicht. Aber ich überfall regelmäßig die Rahmen, um das Geld den Reichen zu geben. Nämlich mir selber. SKÜ SKÜ! Das ist die Windparkanlage. Greta Thunberg gefällt das Arschnarrer. Ich kann auch in den Vulkan rein. Stopp. Umdrehen. Umdrehen. Das Hotel hier. Das ist das Luxus Resort. Hier chillen die reichen Wichser. Nämlich mir selber. Vielen Dank wieder für die fette Resonanz beim letzten Mal. Leute, ihr seid auf dem ersten und mittlerweile auch zweiten Part. So krass mit den Likes eskaliert. Das freut mich so tierisch. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube sechs Likes habe ich momentan auf dem ersten Part. Von oben. Und ja. Verzieht euch. Arsch. Oh nein. Oh, da habe ich jetzt extra. Okay. Wakeboard sagen auch viele von euch, dass es nice sein muss. Cool. Oh nein. Stopp, nicht zwei Spieler. Nein. Halt's Maul. Ah, halt's Maul. Auf deinem Wakeboard lässt du dich von deinem Boot übers Wasser ziehen. Ach nee, echt. Wow. Das hat sogar meine Oma aus den Socken. Amazing. Sieben hoch sieben ist feiner Sand. Hä? Oh. Hübi ist der beste YouTuber. Ja, ja. Wahrscheinlich. Bulli schnader deng. Aschner. Oh, ha, 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 ha. Okay. Und. Bam. Oh, schade. Ich wollte nicht ins Gesicht zimmern. That's what he said. Das ist ja geil. Wenn man die Wii-Fan mit ihm trägt, dann macht man Kuchenbälle. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt spiele ich sie in die Wand. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das ist übel geil, Mann. Oh, ich bin dumm. Ich hab nicht in die Richtung gespinnt. Hast du gesoffen oder was? Dann geh ich, ich weiß es nicht. Zehn Kästen Bier trinken. Nul Problemo, mon amigos. Hola, me has atrapado. En medio, suavemente. Egal. Das war Wii Sports Resort für heute. Und das war, also sportartentechnisch, der beste Part bisher. Real Talk. Das hat so Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.